Ja, hi, ich bin's wieder, die Jasmin von Covid19 Jazz und es wird extrem jazzig heute und das Ganze haben wir wem zu verdanken? Vasili Dück! Schön, dass du dabei bist, Vasili. Ich freue mich sehr auf dich. Du hast mich so lieb angeschrieben auf Facebook und ich habe dich so lange ignoriert, weil ich so viel zu tun hatte, du armer Kerl. Ey, ohne Witz. Vasili, dass Vasili dabei ist, ist was Besonderes. Wir kennen uns noch nicht persönlich. Wir haben nur viele gemeinsame Musikerkollegen und geht mal alle auf www.vasili.dück.de. Dück schreibt ihr mit U-E. www.vasili.dück.de. Der Mann ist der Oberknaller. Also er hat so ziemlich alles studiert, was man studieren kann musikalisch in Novosibirsk und ich freue mich wirklich sehr, dass er dabei ist und er hat sich einen wunderschönen Song rausgesucht und ich freue mich sehr, dass wir den zusammen machen und aus dem Grund darf er auch mit dem Song anfangen. Ich fange heute nicht an. Du fängst an, Vasili. Und nochmal sorry, dass du so lange hast warten müssen. Es sind so viele Anfragen. Ich freue mich, dass so viele Leute hier mitmachen wollen. Es ist mir eine große, große Ehre. Auch mit dir heute, lieber Vasili. Und deswegen, es wird ziemlich cool jetzt gleich. Vasili, du darfst anfangen. Wasili, du darfst anfangen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020